Und mit diesen kleinen Aufsteller begrüße ich euch heute zu Tag 2 oder eigentlich zum zweiten Video von 10. Ja, also die Serie Euer Wunsch ist mir Befehl. Und heute möchte ich gleich einmal auf die Frage eingehen, sei jetzt, ob sie ernst gemeint ist oder nicht, wie bremst man in der Kurve? Und zwar, es kann sehr wohl passieren, dass man, kurz einmal Bohren genießen, bitte. Wir machen jetzt einen Tunnelbohren. Und zwar genau. Jetzt. Ah, das, das, oh, oh, okay. Ich dachte jetzt, das ist die Kieberei. So geil. Jetzt habe ich mir mal kurz in die Hosen gebracht. Noch einmal. So, kommen wir wieder da zurück. Und zwar, es kann, es kann sehr wohl notwendig sein, dass man in der Kurve bremst. Sollte nicht so sein. Weil der Fakt, der einfach bleibt, meistens erreicht man nie die letztendgültige Schräglage. Außer, ihr seid wirklich absolute Profifahrer und kostet da jeden Millimeter aus. Dann braucht es ja auch diese Frage nicht stellen. Also diese Frage ist sicherlich eher daran gerichtet, an jemand, der genauso wie ich Neuling ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne es nur aus der Theorie. Und ich möchte jetzt hier keine Ratschläge geben oder Sonstiges. Das wäre mir einfach fair an, ich glaube, ganz gut Motorrad fahren zu können. Aber ich traue mir persönlich sagen, ich würde nicht in der Kurve bremsen. Aber wenn es trotzdem passieren sollte, gibt es folgende Theorie, die ich gelernt habe, selbst einmal getestet habe, aber das in einem sehr guten Umfeld, nämlich beim Schräglagentraining. Und da ist das Ganze wie folgt. Also Punkt 1, man sollte ausweichen, wenn die Möglichkeit besteht. Also das heißt, einfach mehr in die Schräglage gehen und das Ganze machen. Die zweite Sache ist, das Motorrad wieder aufstellen in der Kurve. Das bedarf aber einer sehr guten Kurvenlinie. Wenn ihr eine sehr gute Kurvenlinie habt, und damit meine ich nicht das schulschematische, man fährt immer Scheitelbung eng, sondern man fährt rund und dann sieht man, ah shit, ich bin zu schnell, dann stellt man die Maschine wieder auf. Und wie funktioniert das? Indem man am Lenkerende, am Inneren der Kurve, also das heißt, wenn ich jetzt eine Linkskurve fahren würde, einfach den Lenker hier einen kurzen Schlag gibt. Was passiert dann? Das Motorrad stellt sich wieder auf und das Ganze dann noch mit den Knie und sobald das Motorrad wieder steht, bremsen, zack, wieder in die Schräglage, also wieder reindrücken. So, wenn man jetzt bremst, laut Theorie, ja noch einmal, ich möchte das hier wirklich betonen, bitte macht Trainings, bitte redet mit richtigen Superprofis, aber das scheint mir vernünftig zu sein, dann ist es so, ihr seid in Schräglage und jetzt gibt es natürlich viele Faktoren, ja. Das erste ist, wie stark ist der Grip von euren Reifen, wie sind eure Reifen, wie ist der Straßengrip, wie hoch ist eure Schräglage, weil der Fakt ist, umso höher eure Schräglage ist und ihr bremst vorne, umso schneller ist auch die Traktion weg, ja, also das heißt, der Grip, so, wenn ihr jetzt in Schräglage geht, so wie da, ja, und ich jetzt einmal kurz am Lenker ziehe, ist das Motorrad sofort wieder da, also das heißt, ich bin gerade, kann bremsen, gehe wieder in die Schräglage, das muss aber das hier nochmal begreifen, weil viele kennen diesen Blockierzustand, das heißt, ich gehe in die Kurve, bremse leicht und dann fahre ich auf einmal geradeaus und das gehört geübt, so, was passiert aber jetzt, wenn ich in ärgerer Schräglage bin, ich probiere das jetzt hier zu demonstrieren, ich gehe in Schräglage, zack, Lenker, mein Motorrad steht, jetzt kann ich folgendes machen, wenn ich jetzt bremse, passiert im Endeffekt dasselbe, wie wenn ich meinen Lenker nach innen ziehe, also in die Kurveninnere Seite, mein Motorrad wird sich aufrichten, das heißt, was ich tun muss, ist genau dasselbe, wie bei einem Ausweichmanöver, ich muss den Lenker faktisch wieder hineindrücken, das heißt, dass ich in dieser Schräglage bleibe, das heißt, ich muss dagegen arbeiten und so bremse ich faktisch in der Kurve, also bitte immer im Hinterkopf behalten, das zu üben, ja, also ihr müsst wirklich ein Gefühl dafür kriegen, das ist nicht einfach so erledigt, ja, grundsätzlich schaut das hier bitte nie zu schnell in die Kurve fahrt, lieber ein bisschen langsamer und dann fett rausziehen, das macht viel mehr Spaß, wenn man dann einfach da mit dem Handgelenk immer so ein bisschen auf und zu machen kann, ja, und dementsprechend die Kurven dann sehr dynamisch fährt, das hat so einen Flow-Instinkt. Das andere ist schon fast ein bisschen, naja, ich weiß nicht, wie möchte ich sagen Ringstyle, aber schon ein bisschen extrem, also wie bremst man also richtig in der Kurve, also richtig möchte ich nicht sagen, sondern es ist wirklich, wenn ihr da bremst, dann wenn dann mit der Vorderradbremse, weil der Fakt ist, wenn ihr da hinten, vor allem wenn ihr kein ABS habt und nichts und ich glaube, es gibt noch nicht so viele Maschinen am Markt, die Kurven ABS haben, dann blockiert das Hinterrad sehr stark und vor allem, wenn ihr in einer Schrecksekunde seid, das heißt, ihr merkt, oh, die Kurve, ich muss da jetzt einfach bremsen und ihr mit dem Hinterrad voll reinsteigt, ja, in einem Schreckmoment, ja, dann würde ich fast sagen, ihr liegt es auf der Pappen, ja, also da würde ich echt die Hinterradbremse wegnehmen, das einzige, wo es das gibt, ist, wenn man da ein bisschen in die Kurven hineindriftet, soll es manche Leute geben, die das beherrschen, ja, ich beherrsche es nicht, ich traue mich das auch noch nicht zu machen, vielleicht mit einer Supermoto, aber nicht mit meinem Naked Bike, also, noch einmal hier, Lenkerende, zack, und das könnt ihr üben, wichtig dazu ist der Knieschluss, das ist immer ganz wichtig, ja, das Ganze funktioniert dann eben auch, wenn man Knieschleifen tut, da ist das Ganze dasselbe Thema, das Motorrad wieder nach oben zu bringen, wenn man eben das sehr weit neben dem Motorrad liegt, bremsen in der Kurve, wenn dann mit Vorderradbremse, und wenn ihr wirklich in einer Notsituation seid, denkt's, geht's über euch drüber, übt's das, einfach nochmal einen kleinen Lenkerimpuls nach innen, dass ihr schräger werdet, um die Kurve dann doch zu schaffen, leicht vom Gas runtergehen, aber nicht brutalst, und wenn es wirklich anders nicht mehr geht, einfach probieren zu bremsen, mehr ist, dass dann euer Hinterrad wegrutscht, und ihr so und so stürzt, ja, das klingt jetzt ein bisschen deppert, aber ich hoffe, ihr versteht's, was ich meine, dann möchte ich jetzt noch kurz auf eine andere Frage eingehen, und zwar, wie wird das Wetter zu Ostern, ja, das wird schön, und schneien wird es nicht, das kann ich vergewissern, also der Ostern wird sehr schön, 2018, das ist, das, ja, das glaube ich, ja, nein, das weiß ich, das weiß ich, es wird sehr schön, wird sehr schön das Wetter, ich hoffe, ich habe die Frage damit beantwortet, in Tag 3 geht es dann weiter mit ein bisschen was Privatem vielleicht, und auch eine kleine Hilfestellung, und somit wünsche ich euch alles Liebe, das war Tag 2, ich bemühe mich, ich bemühe mich, ich bemühe mich, euch die Fragen zu beantworten, die ich weiß, bitte dieses Bremsthema jetzt, und das ist mir nochmal ganz wichtig als Nachtrag, ähm, das ist Theorie, ja, das ist wirklich Theorie, was ich hier gemacht habe, ich habe es so vermittelt bekommen, dass es funktionieren kann, ich selbst habe es noch nicht gebraucht, und wenn es wirklich zu schnell für mich wurde, dann habe ich immer das Motorrad in der Kurve aufgestellt, ähm, zack, und habe dann gebremst und dann wieder hineingedrückt, das hat immer für mich funktioniert, ich verstehe aber, dass es Situationen gibt, wo man einfach am Limit ist, deshalb bitte, ähm, solltet auch hier, oder mit besseren Tipps von Profis hier sein, bitte gerne in das Video, in die Kommentare hinein, ähm, sonst, äh, ja, einfach nicht nachmachen, man kennt das, bitte macht das nicht nach, ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, das war Tag 2, Tag 3 kommt bald, Peace Leute, ich habe euch lieb, danke für die geile Challenge, ciao!